Unsere Fachschule für wirtschaftliche Berufe dauert drei Jahre. Das Vertiefungsfach an unserer Fachschule heißt Patienten- und Ordinationsmanagement. Hier werden medizinische und soziale Kenntnisse vermittelt. Nach Absolvierung der dritten Klasse und der Abschlussprüfung kann man direkt in das Berufsleben einsteigen. Man kann zum Beispiel als Bürokaufrau, Bürokaufmann, als Restaurantfachfrau, Restaurantfachmann oder als Ordinationsassistenz arbeiten. Es besteht auch die Möglichkeit weiterführende Ausbildungen zu absolvieren. Manche unserer Schülerinnen und Schüler besuchen den Aufbaulehrgang mit einer Reifeprüfung als Abschluss. Manche unserer Schülerinnen und Schüler besuchen weiterführende Ausbildungen im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege. Wir bieten an unserer Fachschule einen breiten Einblick und eine breite Ausbildung in verschiedensten Berufsfeldern an. Wir freuen uns, Sie als unsere neuen Schüler und Schülerinnen an unserer Fachschule begrüßen zu dürfen.